Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Meine Mama hat morgen Geburtstag und wir dachten, wir überraschen sie mal so richtig fett. Sie muss arbeiten und ja, sie rechnet gar nicht damit, dass wir sie überhaupt überraschen wollen. Wir wollen nämlich morgen nach Wuppertal fahren, fünf Stunden Fahrt, um meine Mama dann zu überraschen. Sie weiß von nichts. Sie denkt, wir kommen nächste Woche irgendwann erst. Sie denkt, wir kommen am Wochenende und ja, ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren wird. Ich hoffe, sie hat nichts geahnt. Ich habe das Ganze mit ihrem Freund abgesprochen. Er wird Schlüssel für uns verstecken und dann können wir rein in die Wohnung. So hoffentlich sind wir früher da als meine Mama. Wir haben keinen Plan, bis wann sie arbeitet. Wir hoffen, wir werden einfach früher da sein als sie, damit wir sie überraschen können. Können ich erst empfehlen. Auf jeden Fall, ja, wir müssen gleich noch Sachen packen. Ich muss das Geschenk für meine Mama einpacken, aber ich dachte, ich zeige euch erst mal, was wir ihr schenken und zwar, ja, das schenken wir beide, meine Schwester und Mamas Freund meiner Mama zusammen. Es wird nämlich langsam Zeit für sie für ein neues Handy. Wir haben jetzt hier das iPhone 11. Das iPhone 11. Meine Mama hat noch das iPhone 8 Plus und sie beschwert sich da immer so drüber, weil das schon richtig hängt. Das iPhone was? 8 oder? 6. 6? Nicht 8? Nein, 6. Ja, das iPhone 6. 6 Plus. Genau, und deswegen haben wir ihr neues Handy geholt. Ich habe auch gehört, dass der Akku bei ihr nicht mehr der beste sein soll. Dazu haben wir auf jeden Fall noch so ein Panzerglas und dazu hier so eine pinke bzw. rosa Plüschhülle. Meine Mama mag, glaube ich, so eine Plüschhülle. Sie hat momentan für ihr jetziges Handy eine in Form von einem Küken, glaube ich, oder? Ich dachte, das wäre eine Ente. So eine Küke. So mit Ohren auf jeden Fall und einer Nase und in gelb Plüsch. Deswegen haben wir ihr nochmal Plüsch geholt. Ich hoffe, sie wird sich freuen. Sie wird sich freuen. Also, wenn nicht, dann nehme ich es auch gerne. Nein, auf jeden Fall packe ich das jetzt mal ein. Ich habe hier noch ein bisschen Geschenkpapier. Ich zeige euch gleich mal, wie es eingepackt aussieht und dann müssen wir auch noch unsere Sachen packen. Und dann geht es morgen schon ganz, ganz früh los. Sehr früh. Und sie müssen wir schon los, damit wir früher kommen als meine Mama. Und wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir ein paar Ballons aufpusten. Vielleicht schaffen wir es auch noch, irgendwie einen Kuchen zu holen. So, Geschenke sind eingepackt. Das sieht ja richtig ordentlich geworden, finde ich. Sieht gut aus. Jetzt packen wir noch unsere Sachen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir losfahren. Meine Schwester kommt mit. Die Hunde morgen früh auch noch ab. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ich heute noch schlafen werde, weil ich bin davor irgendwie immer so aufgeregt. Wir haben den nächsten Tag. Es ist gleich sieben Uhr. Wir haben uns fertig gemacht und wollen gleich schon mal losfahren. Laut Navi sollen wir dann recht pünktlich um zwölf Uhr ankommen. Hoffentlich ist meine Mama dann nicht zu Hause. Wir holen gleich noch meine Schwester ab. Ist fertig gemacht. Sachen sind gepackt. Jetzt geht's los. Ich gebe euch gleich ein kurzes Update, während meine Schwester da ist. Guckt mal, wer jetzt auch da ist. Und jetzt müssen wir noch viereinhalb Stunden fahren. Es soll einmal Stau geben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er weg ist, bis wir ankommen. Wir sollen dann um halb eins da sein. Ich hoffe, dass meine Mama dann nicht zu Hause ist. Yeah, wir sind im Stau angekommen. Läuft schon mal sehr gut. Stau Nummer zwei. Wir sind angekommen. Wir haben jetzt extra weiter weg geparkt und nicht direkt vor der Wohnung, damit Mama uns später nicht sieht. Wir hoffen jetzt, dass sie nicht zu Hause ist. Wenn doch seht ihr das jetzt gleich. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt. Überraschung. Was machst du hier? Moin. Überraschung. So war das nicht geplant. Es war geplant, dass du nach Hause kommst und wir drinstehen. Warum? Was machst du hier? Ich bin hier zu Hause. Was macht ihr hier? Ich darfst du arbeiten. Ich wüsste mich auch gratulieren. Was ist mit deinem Praktikum? Ich habe heute frei genommen. Und er wird heute noch nach Hause? Morgen. Also eigentlich war das anders geplant. Das war geplant, dass Mama bei der Arbeit ist. Wir kommen hier ganz heimlich rein, pusten ein paar Ballons auf und dann kommt Mama nach Hause. Wir filmen die Reaktion, wie sie so, oh mein Gott. Hast du dich trotzdem gefolgt? Ja, klar. Ich war heute traurig. Also gestern auch, dass ich an meinem Geburtstag ohne euch bin. Dankeschön. Bitteschön. So Angie, du schleifst dich gleich raus, gehst schnell zu Edeka und holst den Kuchen. Okay? Okay. Cool, ich gebe dir noch Geld und wir pusten dann Ballons auf. Wir machen jetzt einfach das Beste draußen. Angie ist da. Ich mache jetzt mal ein Unboxing. Da habe ich ja eine Gelände, die werden wir gleich noch aufhängen. Aufhängen, Kerzen, hat noch irgendwas geholt, Dschungeltiere, Mini-Donuts. Die sind geil. Kuchstab, 18 Euro. Ja, sie hat 18 Jahre. Echt, ja, wegen Kirschfelderdings. Sie hat noch mit Frotz und Bigel. Wow, langsam wird's. Hier steht jetzt Happy Birthday. Meine Mama ist jetzt immer kurz ins Badezimmer gegangen, damit wir hier Teller holen können. Also die Natte gefragt, ob sie ins Badezimmer gehen kann. Sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel mehr nach Geburtstag aus. Gleich holen wir noch das restliche Chaos hier weg, was wir verursacht haben. Boah, muss zwar noch auftauen, aber wir werden ja wahrscheinlich sowieso erst heute Abend essen, wenn ein Freund von meiner Mama auch von der Arbeit da ist. Sieht doch richtig gut aus, oder? Da kommen gleich noch ein paar Kerzen hin. Und dann haben wir auch extra einen Kuchen gebacken. So sieht der Tisch gerade aus. Sieht super aus. Sieht doch gut aus, oder? Dafür, dass das alles sehr umgekrempelt werden muss, das ist ganz gut geworden. Meine Mama telefoniert das noch mit meiner Oma. Keine Ahnung, wie lange das jetzt auch dauern wird, aber danach zeige ich euch mal ihre Reaktion. Auf, das hat mir getan. Noch ein Versuch. Guck zu ernst. Drei, zwei, eins. Guck. Das ist jetzt lauter. Das ist jetzt zu. Daugkuchen mitgebacken. Mitgebacken, ja. Selber gebacken. Selber, ooooh. Warte mal jetzt in der Küche raus. Oh, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Dankeschön. Und hier auch. Mama hat schöne Blumen bekommen. Wow. Wir haben dieselben Lieblingsblumen, ist uns gerade aufgefallen. Pfingstrosen. Moin. So, Mama bekommt jetzt Geschenke. Da sind die beiden. Mama hat sich gerade eben noch verschwert, ihr Handy ist so alt. Ja, ich kann da keine App herunterladen mehr. Jetzt habe ich ein neues Handy. Hast du Tränen in den Augen? Ja. Ich habe noch nie ein neues Handy bekommen. Dankeschön, Peter. Ja, die passt jetzt mehr. Was ist das? Panzerglas. Panzerglas, extra für dich. Oh Gott. Darf ich mal füllen? Dankeschön. So, wir haben jetzt noch Essen bestellt. Ich habe hier gebratene Nudeln. Max hat Pizza, Brötchen eine Pizza, Angelina hat auch eine Pizza. Ist die nicht ein bisschen groß? Dann noch ein Baguette. Meine Mama hat hier Veggies und Schnitzel. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Happy Birthday to you. Ich wünsche dir was. Übrigens, Mama hat schon einmal abgebissen. Hey, du wirst das nicht verraten. Unser selbst gebackener Kuchen. Ja. Du hast dann auch vergefunden. Mama. Judah, komm mal hier, bitte. Dein Handy ist kaputt. Wie, Gott. Dein Handy ist kaputt. So, etwas später. Wir haben noch angefangen, Film zu gucken. Haben aber nicht ganz geschafft. Es ist jetzt halb elf. Wir müssen morgen schon um halb sieben los. Deswegen geht es für uns jetzt schlafen. Meine Mama hat sich auf jeden Fall richtig gefreut. Ich würde sagen, gute Nacht. Für uns gute Nacht. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.